Aurora und Anblues Productions zeigen ein Filmabenteuer für die ganze Familie, das sie begeistern wird. Ich muss Ihnen von Nim erzählen. Schauen Sie. Es ist eine Reise in eine andere Welt, in eine Welt voller Wunder. Über das, was Sie hier hören und sehen werden, müssen Sie absolutes Stillschweigen bewahren. Oh, das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. In eine Welt der Zauberer, Bösewichter und Helden. Ich fürchte mich vor gar nichts. Und ich habe auch keine Angst vor der großen Eule. Das ist der Mund. Mögen Sie mich? Aber natürlich. Ich meine, es ist die Geschichte einer Freundschaft. Sie halten mich doch nicht für einen Tollpatsch oder sowas. Ich brauche nur noch ein paar Tipps zu den letzten Schliff. Es ist das hohe Lied der Tapferkeit. Was führt sie zu mir? In einer Welt voller Gefahren. Wenn wirklich eine Katze in der Nähe gewesen wäre, hätte ich sofort niesen müssen. Ich bin allergisch gegen... Entschuldigen Sie bitte. Ah, der Pflug ist da. Lauft um alle Leben. Lauft, was ihr könnt. ...in der Mut noch belohnt wird. Ich danke euch. Ich werde es in Ehren halten. Lassen Sie sich von diesem Film verzaubern. Oh, der arme Troutan ist umgefallen. Troutan? Ich bin kein Troutan. Wo ist unsere Mutter? Wo ist unsere Mutter? Nein, nicht doch. Entweder du sagst oder ich. Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim. Erleben Sie diesen Film mit Ihrer Familie demnächst in diesem Theater. Erleben Sie den Film mit Ihrer Mutter.